Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Mühlenkreis mit Lanze. Wir werden hier erstmal wieder, haben wir schon eingestellt, zack, du bist Feld 1. Vorgewände machen wir zwei Bahnen, zack und erst die Felddinger. 21 Meter Kurs generieren und zack, haben wir. Da ist der Startpunkt, das muss ich mal hier auf den ersten Wegpunkt setzen. Abfahrer einstellen, zack, 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 den brauchen wir. So, let's go. Auf zur BGA mit dem Geschoss. Jetzt hat man so einen Haufen Kohle, jetzt haben wir noch mehr unter 1000. Aber naja, kommt er dann bald wieder Kohle rein. So, ich brauche die Winde, die Fernseher. So, jetzt muss ich die Fernseher. So, jetzt geht's mal. Ich brauche die Fernseher. So, ich brauche die Fernseher. Ich brauche die Fernseher. So, hier geht es rein. Let's go. So, jetzt brauche ich mal den Troll da. Wo haben wir den? Hier. Jetzt muss das vorne dran, damit ich das gut verteilen kann. Klappe mal auf. Schalte mal ein. Und los geht's. So. So. Das macht doch schon mal ganz ordentliche Bahn, wie süß es anfühlt. So, gucken wir mal wie weit die Verdichtung dabei ist. So, wo hängen wir jetzt hier? So. So. Ich hänge in der Wand. Uh. Er hängt irgendwie in der Wand fest. So, gucken wir mal ab. So, gucken ob sie denn hier rauszieht dann. Ne. So, ich hab's jetzt noch mal ein Geschmissen, aber rauskriegen wir immer noch nicht. Scheibenleister. Schraus hier. Zappel dich doch mal frei hier los. Jetzt haben wir doch. Geht doch mal nicht gleich so. 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 Ich hab's mit dem hier noch. So. So. Ich hab's mit dem hier noch. So. 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 ich hab's noch mal infilt væriert. So. Ich hab's noch mal. Ich hab seine夫 auch so ein grund reinbringen 15% Hammer 4,9,3 Ich habe das Ende der Ruhe erreicht. Zack. Fällt 1. Fällt 2. Spritzen. Nutzlos. Jetzt hängen wir. Hängen. Geht gar nichts. Hallo. Hallo Spiel. Das ist Io. Aber irgendwie hängen wir gerade fest. Hilfe. Oh Mario ist nie unglücklich. Es hat sich ausgehangen. Spritzenfeld 2. Ohm. Da muss ich jetzt mal speichern. Kurzen. F1. 2. 1 Meter. Wir beide mitbegrößen. Das tun wir mal löschen. Und auf Kurs generieren. Die 69 war das Levertfeld 69 vorgewendete Bahnen 2 und Kurs generieren sieht gut aus zurück jetzt schauen woher der Startpunkt ist der Endpunkt wo ist der Startpunkt hier hier ist der Startpunkt so und dann schicken wir sich nämlich wieder los so schalten wir ein sinken weil er gehts hier so ich brauche das hier bis jetzt 45% verdichtet so sieht doch schon mal ganz annehmbar aus wenn wir es jetzt hin gezaubert haben dann dann so 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 50% So, ich drehe den Reifen Ich habe einen Baum gefunden Fahrer entlassen Ich mache es manuell Ich habe nicht mehr von Ich habe echt mehr von, wenn ich es manuell mache Kurz löschen Zack So Da ist das Gestell zu groß Ich mache das Ich mache das Automatische Oh nein Ich mache das 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 Ich habe das Ich mache das So, und dann muss ich noch ein bisschen Silo verdichten, was wir auch in der nächsten Folge wahrscheinlich machen. So, wir müssen soweit das Düngen beenden. So, so. So. So, und einschalten. So. So, gucken wir mal wie weit wir kommen. Oh, das sind 6%. So, und jetzt reicht das für das Feld. So, und sonst müssen wir nachkaufen. Das würde ich ungern tun. So. 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 So.